Du verspielst dein Leben. Das ist deine Chance, wenn du es schaffst bis ins Team. Ja, und was spielen wir heute? Rollerball! Das Spitzenereignis der Welt. Ohne mich hättest du es nie so weit gebracht. Auf drei Spieler kommt es an. Habe ich es nicht gesagt? Das Gelobte langt. Auf drei, eins, zwei, drei! Jonathan Cross, Leading Scorer. Erst müssen sie mich erwischen. Angriff, los, los! Aurora, the Black Widow. Geh mir aus dem Weg. Marcus Ridley, Hardcore. Wir spielen, wir gewinnen. Er ist der zornigste Mann im Spiel. Und danke, dass wir wirklich eine fette Prämie kriegen. Auf Jonathan und auf Ridley! Nein! Jonathan, Sie wussten es vorher. Was meinst du damit? Da, siehst du dir an. Eine Kamera folgt dem Spiel, aber vier Kameras schwenken zu Tober. 15 Sekunden bevor es passiert ist. Hier geht doch nichts vor, von dem Sie nichts mitbekommen. Puff! Und jetzt? Das war doch klar, irgendwann mussten diese Schweine das rausfinden. Der Rubel rollt schneller, wenn auf der Bahn Blut fließt. Wird das gefährlichste Spiel... Haben Sie an das Mädchen gedacht? Hier verschwinden ständig Leute. ...tödlich. Eine Chance bleibt ihnen. Wer gewinnt, dir oder wir? ...zurückzuschlagen. Raus aus dem Wagen! Die wollen dich umbringen! Halt dich fest! Das machen wir lieber unter uns aus. Das geht so weit, Petrovic. Vielleicht sollten wir das Ganze ablasen. Nein. Rollerball. Let's play the game.